Jedes Pferd auf den Punkt, Start fertig machen, das ist ihre Aufgabe. Esther Krasna-Wölgy. Die Ungarin ist Pferdepflegerin bei David Will. Vorher war sie in Budapest im Büro eines Modemagazins tätig. Ich konnte nicht mehr acht oder neun Stunden im Büro sitzen und das war schon langweilig. Hier kümmert sie sich um La Mirage, acht Jahre jung, ein Nachwuchspferd mit Talent für mehr. Also ich kann mich wirklich auf meinen Sport konzentrieren. Ich kann den Parcours abgehen, mir ein paar angucken, je nachdem wie der Plan ist. Und dann steht das Pferd perfekt da und das ist eben ganz wichtig, dass man nicht abgelenkt ist. Esther liebt das Unterwegssein, Miami, Mexico City, Hamburg, nun Wiesbaden. Nach Wiesbaden wartet schon Madrid. Wir können überall hin eigentlich und immer neue Freunde und immer neue Leute kennenlernen. Und also dieser Sport macht wirklich Spaß. Aufs Turnier, das ist mein Leben. In Wiesbaden möchte er wissen, wie weit La Mirage ist. David Will, der auf der Anlage von Dietmar Gugler in Funkstadt zu Hause ist, war in der DKB Riders Tour Gesamtwertung Dritter im vergangenen Jahr hinter Janne Friederike Mayer und Christian Allmann. Wiesbaden ist für ihn eine Herzensangelegenheit. Es ist einfach was ganz Besonderes, schon allein mit der Atmosphäre, mit den super tollen Bäumen. Wie gesagt, Papageien fliegen da rum, aber einfach auch so zum Reiten ist der Platz fantastisch. Man kann richtig schön galoppieren, der Boden ist spitze. Ich durfte hier zum ersten Mal ein Riders Tour reiten. Das war mein allererstes Mal und schon auch nochmal so ein kleines i-Tüpfelchen.